Welcome back, ihr krassen Dudes, und willkommen zurück zu einem weiteren Highlight-Special-Video hier in Battlefield 5. Leute, heute wird es wirklich einzigartig, denn wer beim letzten Highlight-Special-Video schon dachte, der Typ namens AlexM75, das wäre schon ein Arschloch. Nein, Leute, es wird noch viel besser. Es wird 100%, ne, 107% granios. Denn für die Leute, die die letzte Folge, die vor zwei Tagen online kam, wer in dieser Folge den letzten Clip gesehen hat und sich den Namen A5-Jimmy-Forever gemerkt hat, heute ist es soweit. Heute treten wir an gegen Jimmy-Forever. Und was soll ich dazu sagen? Es ist ein Arschloch, es ist ein Deutscher, er gehört einem gar nichts, ja, ist ein Deutscher. Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß. Mich hat das am Anfang Nerven gekostet, zum Schluss konnte ich das selber nur noch mit Humor nehmen. Ich hoffe, ihr oder du da draußen findet es genau so super. Und, ja, Leute, viel Spaß. Maaannn. Höflich in Richtung Bode. Ah, Jäger. Hinter ihm. Panzer, daaam. Panzer, daaam. Ist das nicht sein Ernst gewesen? Mann! Du, Spaß! Das ist nicht sein Ernst! Der hat jetzt drei Flieger in zwei Minuten genommen und ist jedes Mal abgestürzt, wo ich ihn nur einen Hauch angehittet habe. Was stimmt mit dem Jungen nicht? Ja! 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 Tu es! Guck mich, geil. Jetzt extra der muss spawnen. Mit der Typ, dass ich nochmal Team fehlt. Gucken, wo ist dieser Jimmer? Jimmy Forever. 0 zu 5. Der ist 5, was schon abgestürzt. Na ja. Jetzt, ich bin hinter dir. Willst du abstürzen? Na klar willst du das! Sorge ist abgebildet. Ja. Wo ist der? 0,7 ist der Typ. 0,7. Er stützt immer wieder ab. Ja, vom Motor-Popper. Dann hast du sie schon runtergeladen. Ja, der Typ! Ja, ich glaube, sie hat gerade runter. Ach, Gott. Ich muss jetzt mal kurz Jimmy Forever zum Absturz bringen. Zweieinhalb Stunden war es einfach nicht da. Ja, krass. Ja, nee, guck 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 die sein, was er macht. Hab ein bisschen was gehittet. Da ist der Jimmy wieder mit auf der Base, auf der Straße. Guck mal, was Jimmy macht. Ja. Ja, keine Sorge, ich schieße mich kurz mal an und dann ist er wieder weg. Guck dir es an. 0 zu 11, der Dude. Ich muss immer ganz kurz, ich muss ganz kurz nochmal Jimmy zum Absturz bringen. Sag, wenn ich abspringen soll. Cool. Der Jimmer. Würden wir gerne, aber die sind halt hardcore mit Campern bestückt. Jimmer! Tschüss! Oh, oh, Jimmy, tschüss! Alter, Leute. Jimmy, Alter, 014. Der Typ geht ab. Schieß mal aus der Ferne an. Ja. Ja. Jimmer ist abgestürzt. Ich glaube, ein Panzer. Nee, der lebt noch. Okay, Jimmer ist irgendwo hinten geplatzt. Ja, wer ist tot? Ja, again. Der Jimmer. Jimmer ist gespawnt. Da ist er, ein Abend. Aber wir verlieren. Tschüss, Jimmer. Da ist noch einer. Über B, Mann, nee. Ich will da mal abspringen. Jimmer ist gespawnt. Aber er ist nicht im Flugzeug, oder? Jimmer ist jetzt in einem Tank, glaube ich. Oh, fuck, Alter. Jimmer hat sich nahe gekrallt. Kette zerstört, 32 Hit, Level 63. Jetzt geht's los. Oh, das könnte das erste Mal sein, dass das... Jimmer... Also deswegen Kill von Jimmer kriegen. Und ich glaube, der ist jetzt komplett nach hinten gefahren. Das ist hier hinten. Er ist... Nein! Er ist in die Death Zone gefahren. Damit der gesprengt wird. Ich muss ihn nur einmal anschießen. Dann ist er weg. Ist er das? Das ist Jimmer. Ja, das sehe ich. Jimmer down. Jimmer ist gespawnt. Da ist er. Ich bin schon ein paar Mal Flugzeug geflogen bei Battlefield. Tschüss, Jimmer. Tschüss, Jimmer. Oh, guck dir das an. Ja, da müssen verfickten Kack gehen. Das gibt's doch nicht. Ich sage, du musst ihn nur einmal anschießen, dann ist er weg. Jimmer, Zeit zum Abstürzen. Jimmer, reicht jetzt auch mit Fliegen. Tschüss, Jimmer. Wie kann Level 53er so scheiße sein? Da ist Jimmer wieder. Endlich, Alter. So. Mama. Tschüss. Jo. Tschüss. Tschüss. Was ist es nicht? Bye, have a great time.